Fängt ja gut an. Wenn schon, dann geht das so. Ja. Empfiehlst deinen Freunden, Markus, Munition. Jetzt wollte ich ja fünf Drogen zum Schnellspeichern. Hi. Äh. Hä? Wir haben übrigens nicht mehr viele leichte Missionen, ne? Nicht mehr so viele. Finde ich auch nicht so schlimm. Finde ich gut. Und wir machen gleich noch eine, die wir ignoriert haben. Warte mal, ich freue mich. Du kennst doch beim Skillbaum. Kommt ja erst zwei Skills, dann kommt die dritte Reihe mit drei, ne? Ja. Ja. Davon der mittlere, den feiere ich irgendwie. Ich will wissen, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß gar nicht. Die Sirene hat sehr viele, ähm, ja, eher Verteidigungsskills, ne? Kann das sein? Äh, also bei der Sirene kannst du, ähm, ich hab ja den roten genommen, ne? Verheerung. Mhm. Du kannst, ähm, dass du dich, ja, einmal für Verteidigung, dann so Verteidigung und fürs Team. Und was ich jetzt habe, ist einfach nur drauf. Ja, guck mal, allein, weißt du, was der ganz unten ist, der... Ist das bei Kommando bei dir? Bei Kommando habe ich ja die zwei Geschütztürme, ne? Das ist auch das rote, ne? Was ist bei dir ganz unten? Was macht der? Ne, die zwei Geschütztürme. Da siehst du, ich mach bei mir, äh, Facelock. Genau, ähm, wenn ich Gegner so Facelocke, die kriegen Slack, Elektro und Korrosionsschaden. Na gut, Elektro ist eigentlich sehr gut, Korrosion ist jetzt eigentlich nur eine Spielerei und Slack ist halt immer gut. Also, der Typ, der in diese Kugel ist, der wird geslackt und dann kommt so eine Explosionswelle und alle, die da in der Nähe stehen, kriegen Elektro und, äh, Korrosionsschaden, so. Ist eigentlich gut. So, wir müssen jetzt ein Kugel zu seiner Mission hier machen. Bis jetzt hält sich da Munition ein. Danach machen wir zwar gleich eine Level 18 der Mission, aber die ist eigentlich trotzdem gut. Und du wirst wissen, was... Ich kann, äh, Missionen bis, ich sag mal, 21 machen, dann hört's auch auf. Ja gut, die, die wir jetzt machen, ist ja eh perfekt dann für dich. Waren wir hier schon mal? Wow, Update top, was? Ich bin irgendwie wrong, Mami. Zumindest hab ich das noch nicht auf der Karte. Ach, ähm, ich wollte dir vielleicht... Kannst du damit überhaupt... Ja, du kannst damit was anfangen. Du bist doch Level... Ach ne, du bist... 21... 18, ne? 22.000. Egal, ich geb dir aber trotzdem was. Für später. Ja? Ich kann damit schon nichts mehr anfangen, aber... Du... Kannst, wenn du Level 21 bist, damit bestimmt was anfangen. Das ist eigentlich ein... nicht so scheiße... äh... Nur für Level 25 ist das halt... zu wenig. Das gar nicht, was ich jetzt hab, ich glaub ich hab noch was... was man ganz am Anfang kriegt. Ja. Ist das wirklich besser. Weil... Weil Level 25 erwarte ich denselben Klassenmod irgendwie so mit... ähm... Keiner, dass das 15% oder 20% der Gesundheit auch erhöht. Okay. Da wollte ich die ganzen... Nila... Ja, das hab ich ja. Ah... Hallo da. Oh oh. Na. 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 Komm einfach. Hier lang. Du musst immer sagen, wenn du das nicht grüßt. Nein. Du hast die Reparatur-Bots. Ich zerstör die mal für dich. Ja. So hier hab ich perfekte Karten. Ja. Ich zerstör für dich nur diese Reparatur-Bots oder so. Oder mach die ein bisschen kaputter. Ja. Na gut. Oder Exploder. Da. Die muss ich. nicht. Das ist... Achtung. Granate. Fehl auf die Archiviere-Kammer. Hey. 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 Ich glaube, du kriegst doch Drützeln das volle... die volle Erfahrung, wenn du die tötest, obwohl ich die angedamaged hab. Was eigentlich bescheuert ist. Ich krieg noch die volle Erfahrung, wenn du die tötest. Echt? Echt? Warte mal. Ich töte mal einen. Ich krieg pro Ding 162. Nee. Töte du mal einen. Warte. Ja. Hab ich. Ja gut. Das war jetzt 12 HP weniger. Das ist jetzt auch egal. Ja. Okay. Weil ich krieg immer nur einen Erfahrungspunkt. Deswegen... Okay. Dann töte ich die einfach auch. 12 Erfahrungspunkte. Darauf kommst du dann auch nicht so an. Nicht bei der Masse. Ich hasse Exploder, ne? Das sind die einzigen, die egal welches Level, die einfach auch so Gesundheit ziehen. Schaffst du das? Ja. Ja. Das dachte ich mir schon. Wo ist denn der? Da oben. Ach ne, da. Ja. Da. 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 Ja. 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 Ich verbringst du es hier raus wenn ich es dir erzähle oder Mobli? nie kriegt, aber jeder haben will. Sind die Warloader eigentlich? Warloads? Ja. Oder war ich nicht? So. So. Wo? Müsste es doch auch haben. Nein, dass auf einem bestimmten Level alle Waffen E-Tech haben. Weil ich dachte, man hat mir das voll gesagt. Weil irgendwie kriegst du im Schlüssel eine E-Tech-Waffe. Keine Ahnung, ich achte nicht darauf, was sehe ich denn bei E-Tech dann? Ach, das ist dann so eine andere Schrift, ne? Das macht dann so ein... Hier, das ist E-Tech. Schieß mal mit deinem... Das ist keine E-Tech. So, das ist E-Tech. Nein, ich meine, Sniper ist eine E-Tech, aber die kennst du ja, die Sniper. Beide auch. Aber ich weiß jetzt nicht, was so besonders an E-Tech ist, ne? Von daher, ja. Ich glaube, die... Du gehst auch E-Tech. Ja, ich weiß jetzt nicht so, was so das Besondere an E-Tech ist. Ist halt... Ja. Ist halt schick, aber jetzt nichts, was ich unbedingt gebrauche. Und wieder zurück. Das Visier ist voll scheiße. Das Visier habe ich auch, dass das so beschissen ist. Das hat so eine Raute. So ganz eklig. So ein Hashtag? Ne, so so ein... Warte. So. So ist das nun mal. So, warte, ähm... Ist das immer noch die? Diese Bierflaschen, das Junge, wollte ich nicht machen. Weil, wie süße. Voll kacke mit sie. Was hast du mir nicht geschickt? Ich habe nur eine E-Mail. Maria via change.org. Mehr Frauen in Führungsposition. Natürlich. Äh. Das klingt... Sieht ein bisschen so aus wie so ein Radar in X. Haben wir hier jetzt ein Fahrzeug? Ach, da unten. Danke, dass du da hinschießt. Jetzt weiß ich auch, wo das Ding ist. Ähm. Von hinten kann ich den Computer nicht bedienen. Das ist so bescheuert. Ich habe gehört, du spawnst dich zu mir. Oh. Das war nichts. Ja, das war auch nicht so schwer. Ähm, scheiße. Wie kommen wir denn da hin jetzt wieder hoch? Weil der Wagen... Der Wagen... Hat aber eine tolle Straßennager. Ach, warte. Muss man da wieder... Ist doch diese Fette. Nee. Nee. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Boah, ich hasse diese Copter, ne? Die immer fliegen sie hier rum. So wie Copterfield. Sag mal, wie ich da hochkomme. Guck mal. So. Oh. Yo. Yo. Wißt du, er fährt es. Erst was ich sehe, der Wagen macht fast eine Schleife. Da kommen wir doch auf den Schrott platzen. Oder ist das richtig? Da geht's auch weiter, glaube ich. Tatsache. 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 Oh, da kommen wir nicht weiter. Oh, tatsächlich. Oh, hier war ich, glaube ich, echt noch nicht. Komm mal zurück. Siehst du das, wie die aussteigt? Ich will zum ersten Mal jetzt. Will ich? Siehst du, wie ich eigentlich... Ja. Komm mal, wie ich aussteige. Noi. Ist ja sinnvoll, auf jeden Fall. Ja. Anstatt einfach die Tür zu nehmen. Oh, warte mal. Ich töte mal kurz das Ding da hinten. Dann krieg ich ein... Ich glaube ich. Ah, ne. Eine Herausforderung. Mein, nicht doch. Nein. So, erst mal. Ähm, ähm, ähm. Ja, ja, sofort. Schusswaffen... Alter, wie schrägt der denn aus? Ähm. Werde ich hier gerade angegriffen? Werde ich hier gerade angegriffen? Ja. Ja. Ja, ich musste gerade Tokens einlösen. Das ist also... Ich habe einmal, habe ich aus... Wahrscheinlich das erste Mal, überhaupt, habe ich gewusst, wann ich einen Token gerade kriege. Fuck, Colch. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Oh, da hinten ist ein Nebenquist. Bei mir. Ja, bei mir auch. Ich nehme die jetzt nicht an, weil ich sie erstens nicht finde. Und zweitens, dass wir da wahrscheinlich so in der Level 3 Quest ist. Wie sehe ich jetzt schon kommen? Du weißt, dass ich feiere diese Crunchchips zu sag. Äh, Schnitzel. Schipz. 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 Snowden-Chips. Interessant. Oh, Erexium. Wie viel hast du? Wie viel hast du? 12. Er ist 12? Er ist 12. 10. 10, ich habe 12 verstanden. Oh, hi. Oh, hi. Geschütz auf dem Feld. Nicht dich. Wir transportieren hier kostbar für Ausrüstung. Haltet euch ab, wenn ihr nicht draufgehen wollt. Je größer sie sind. Desto größer sind sie. Ich könnte euch das, äh, helfen. Ah, hier muss ich hin. Ah, das ist gut zu wissen. Du findest das Versteck, ich freue mich. Jei, wieder eine Finde-Quest. Ach, das kenne ich. Echt? Ah, das ist gut. Ja, es ist hier irgendwo. Das ist ein Kack-Hofen. Oder was auch immer das ist. Du musst doch diesen... Geld. Ja, Sir. Ah, ah. Endlich. Ich warte in dieser Kirche schon seit drei Stunden, dass sie jemand ausbuddelt, falls sie vermint gewesen wäre. Her damit. Finger weg von dem Schatz, Banditen. Verdammt, Kammerjäger. Du hast dieses Hyperion-Arschloch hergeführt? Ihr Banditen, lasst eure Waffen fallen und geht von dem Versteck weg. Los. Hab ne bessere Idee, Arschloch. Wir ziehen alle, wenn die Kirchenglocke zum dritten Mal schlägt. Ein flotter Dreier der anderen... Der bitte was? Der bitte was? Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, die sind stark. Äh, 20. Ach, das ist ein Roboter. Ich glaube, du kannst damit besser was... Oh, ich möchte dieses Gewähr, der dir. Hast du das gar nicht gehört, was mein Geschütz für Geräusche gemacht hat? Oh, was ist das denn? Ja, ich Sniper mit, ähm, 315. Ohne alles. Ich hoffe, du nutzt sie sinnvoller als ich. Moxys Gabel. Wir jetzt einfach mal Waffen sind, die niemand was mit nutzen kann. Nicht mal du. Hast du das auch gekriegt gerade, dieses Artefakt? Moxys Gabel? Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Hast du mal Orangene Waffe? Kampf erhalten, Erfahrung, 4,6. An sich gut. Aber, aber, jetzt nicht so. Ey, ich hab nur Orangene Waffe. Oha. Wehre. Ist sie wirklich so gut, oder? Scheiße, aber. Scheiße, aber macht ja nix. Guck dir das mal. Äh. Aber, wie du schießt? Mhm. Fällt dir auf, ich schieß das einmal. Was fällt dir auf? Nö, du triffst es dreimal. Naja, wie gesagt, ne. Orangene Waffen halt. Ah, ich liebe es, wenn Physik's auf hoch ist. Die Steine wegfliegen, ne? Äh, ja. Das sind auch diese Pfützen, die ich mal meinte, immer. Die hatte ich vorher schon. Die hatten wir. Die waren tatsächlich nicht so in Physik's. Aber die Steine hatte ich vorher nicht. So, wir gehen jetzt nach Sankt du, Harry. Weil du bist, erstmal bist du ein neues Level. So, du warst ja vorher 17. Nicht? Nein. Ich bin mit 18 angefangen, gerade. Oh. Gut, vor diesem letzten Haken da unten. Also, vor dem letzten Feld oder vor dem letzten Haken? Im letzten Feld in der Mitte, bei diesem Klick. Also, bist du schon quasi Level 19. Irgendwie, ja. Ja, gut, das kriegen wir ja gleich hin, dadurch, dass wir die ganzen, die ganzen, glaube ich, abschließen. Wie ist das? 3000 EP noch. Ja, ja, das, das, äh, 100%. Ja. Einfach aussteigen und direkt sie um eins zu sammeln. Das ist... Leute, ich wollte einfach mal gegen Nix fahren. So, weil wir können hier nämlich drei Quests jetzt abschließen. Das ist schon hart. Er taucht noch voll, wahrscheinlich. Ja, davon gehe ich aus. Du kriegst es einfach für nix in Borderlands EP, aber für Quests. Da übertreiben sie es. Übertreiben. So, noch ein paar Nadebildschirme, die wir nicht in Borderlands. Boah, oh, oh. Ich muss den nochmal einladen. Ich muss erst mal aus diesem Nadebildschirm raus. Was tust du? Was tust du? Fest abgeben. Achso, ja, das tue ich auch. Oh, ja, hallo. Ja, hallo. Olds Lobby ist Thomas. Das ist geiles wert zum Teil. Ja, ja. Wissenschaftlich betrachtet war es vermutlich keine gute Idee, Oldslappy umzubringen. Rachetechnisch danke ich dir für deine Hilfe. Ja. Ja. Danke nochmal, Mann. Schwamm drüber, dass du das Catch-a-Ride, verdammte Rattenmann. Ich war so knapp davor, mein Rohr bei ihr zu verlegen. Ich war so knapp davor, ich weiß nicht, dass ihr die Rohr verlegen geht. Der Dancer-Typ, ne? Der ist ein bisschen... Ja, ja. Voll Level 19. Ja, dachte ich schon, dass du... Ich bin auch bestimmt um 10% und das ist also aufgestiegen und das ist bei Level 25 schon eine Menge. Weißt du, die Sirene, ne? Die ist sowas von geil. Ich bin jetzt fast fertig mit 5 Punkten. Egal, was ich für ein Schild hab, das kommt immer an der Feuerwelle ab, wenn das... Ob es ein Nova-Schild ist oder nicht. Geil. Wie gesagt, ich finde die Sirene ja nicht schlecht, nur halt nicht gut genug. Kommando, einfach, das ist so... Ich wollte mal gerade kurz noch zum Iridium-Laden gehen. Gucken, ob ich mir das kaufen kann. Irgendwie so eine Tafel Erektium-Schokolade oder so. Das ist ja nicht falsch, oder? Hm. Oh. Für das nächste Woche 120. SMG. 120 Iridium. Ne, 100 Iridium. 120 Schüsse krieg ich dann. 16 plus 16 sind... 32, ne? So. Jetzt hab ich auch... 1000 SMG-Schuss und... Acht, acht, acht... Sniper-Schuss. Besser aus als der andere, wollte ich ja diesen Orangen nennen. Was ist? Was ist? Skin, ich hatte ja vorher diesen Orangen nennen. Ja. Ach, da wollte ich gerade was ausprobieren. Ich hab gerade einen neuen Skin freigeschaltet, aber ich glaube nicht, dass der gut ist. Ähm... Ja. Wie hieß'n der? Green Barret. Ah, ne. Nicht so schön. Da weißt du, dass der mal so dann... Äh. Muss eben... Weißt du, was wir jetzt übrigens machen? Wo du auf jeden Fall brutal viel XP wahrscheinlich kriegst? Und sogar ich wahrscheinlich in dem Mecken noch gut was? Stimmt. Erinnerst du dich mal, Hanti? Ja. Decker SMG, auch voll schlecht. Halt. Jön. Decker 할in. Und. Oh. Herr입니다. Ah. Da ist nichts.